Ja, liebe Freunde, heute Abend melden wir uns aus Wippa Fürth. Hier geht's heute Abend los und danach geht's zurück nach Hasewinkel in die Heimat KVSL. Da, wo unser Ex-Landei Thorsten heute Abend als Prinz auf der Bühne sitzt. Und wir haben uns noch eine kleine Überraschung für den Thorsten ausgedacht. Tschuldigung, bleiben wir vorbei. Spaß und Freude, liebe Leute, alle sind dabei. Dabei, dabei. He-Ho, stand auffest an. Wir ihre Könnte sich ja fein, wir fein' mit KDAS-AVN. He-Ho, und mitten im Alkang. Wir sind so mit der Amtschaft, je fein' mit KDAS-AVN. He-Schallalala, la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la. He-Schallalala, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Die Tropete! Und jetzt hier wieder! Er ist der Busfahrer. Und vorher haben wir eine Aktion mit euch vor. Seid ihr startklar für 20 Sekunden? Schockgefrorenen Zustand! Auch die Verdienung bleibt stehen. Der Zapfang bleibt auf. Das Bier fehlt ein. Seid ihr startklar? Jetzt geht's los! 3... 2... 1... 3... Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung, jetzt geht's gleich los! Moskau 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 Und in die Hocke. Und in die Hocke. Und drehe. Und das machen wir jetzt weiter. Und drehe. Und drehe. Oh, Bella Marie. Ich traf sie irgendwo. Allein in Mexiko. Oh, Bella Marie. Tschüss, Kinder. Und bis zum nächsten Mal. Wieder bei Tanzt du. Tanzt dich frei, du alte Puppe. Bis dann. Tschüssi. Bella, Bella, Bella Marie. Ich hab mich so lieb, um zurück morgen früh. Bella, Bella, Bella Marie. Beide Hände nach oben. Ja, dran ist. Franz und Lied. Schön. Franz und Lied. Ich mach noch ein Ball. Fährst du, was soll. Ja, dann ist Franz und Lied. Franz und Lied. Das wird mir noch alles so für mal auf. Franz und Lied. Franz und Lied. Franz und Lied. Ja, 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 ja. Applaus Wir kommen gerade aus dem Rheinischen, aus Pippa Fürth und jetzt geht der Spaß hier weiter. Künstliche Stimmung, Erzeugung. Was? Künstliche Stimmung? Entschuldigung? Nein, wir machen jetzt Volldampf hier, natürlich. Und jetzt geht es gleich mit den Heususen hier wieder auf die Bühne. Süßes, süßes, süßes. Ja, was ist denn jetzt hier? Und wir machen dieses Party great again.